Oh, Menschling hat Goblins weggemacht. Guter Menschling. Wir haben jetzt schon viel besser. Was Menschling wollen als Dank. Ja, ihr habt doch sicher Nützliches in eurem Schatz. Wisst ihr, wie man die Höhlen verschließt? Ich glaube, aus denen droht mir Ärger. Kämpft an meiner Seite, Mion. Nein, macht ihm Höhlen zu. Wisst ihr, wie man die Höhlen verschließt? Ich glaube, aus denen droht mir Ärger. Du mach'n Stein davor. Das wäre dann der Teil, wo ich eure Hilfe bräuchte, Mion. Oh, das einfach. Mion wird für Menschling ein paar Höhlen zumachen. Du sehn. Gut. Äh, gut. Wir haben... Haben wir auch einen Jäger verloren? Ja. Wir haben auch einen Jäger verloren. Okay. Was denn? Hey, raus aus der Stadt! Was ist? Ja, schön. War's schon gut. Unsere Stadt! Okay, ich mach'n paar schlechter jetzt mal. Fünf Stück. Und... Hey, raus aus der Stadt! Ich geb' den... Champions die Waffe. Verbesserung fertig! Unsere Stadt! Was ist? Ach... Arbeit! Okay. Die Höhle hat er verschlossen. Ich hoffe, weil es funktioniert dieses Mal. Darf' ich geh' aus! Jetzt wieder den Leichensammler wieder aufbauen. Mit dem Aufdruck, dass er überhaupt was bringt. Ich hoffe mal, dass die Gehäuteten, die wir da vorhin gesehen haben... Ähm... Also theoretisch sollte aus dieser Höhle jetzt nichts mehr kommen. Oh, ach ja, und wir sollten Level-Up vergeben. Das auf 10 und, äh... Bitte fertig! Ja gut, einmal Weißzeit. So, das heißt, wir können... Bitte fertig! Göttliche Heilung, Stufe 10. Können wir noch die Aura der Ausdauer mal mit reinnehmen. So, das hat er auch verschlossen. Ich glaube aber, er macht nicht alle Höhlen dicht. Hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt dabei jedoch nicht. So, ihr baut mir jetzt noch die Belagerungswerkstatt. Ruhig hier auf. Arbeit! Darf ich... So, jetzt haben wir... Was denn? Wenigstens auch Nahkämpfer. Von mir aus! Okay, die Höhle macht er mir nicht zu. Mal sehen, welche von den beiden er mir zumacht. Ach ja, und nach der Belagungswerkstatt noch das große Haupthaus natürlich. Und ja, tatsächlich der, äh, Handwerker. Wir sollen weggehen! Was? Wie? Oh. Haben wir einen verloren? Ja. Was? Äh, ja, ja. Ihr noch großes Haupthaus, bitte. Okay. Okay, von mir aus hier hin. Darf ich töten? So, in der Belagerungswerkstatt können wir jetzt wandelnde Festungen produzieren. Äh, ich weiß nur gerade nicht, ob es da ein Minimum... Was denn? ...ein Maximum gibt, was wir produzieren können. Aber halt immer nur eins auf einmal. Darf ich töten? Auch gut. Verbesserung fertig. Also ja, die meisten Höhlen hat er jetzt dicht gemacht. Die Leichensammler können eine ganze Weile an den gehäuteten Kriegern sammeln. Die sind in der Stadt! Zurück mit euch! Hey, raus aus der Stadt! Okay, was könnte ich denn noch? Pazamal-Mod. Die habe ich ja jetzt noch abgegradet, gell? Ja. Ja. Was, wie? Äh. Da, ich töte! Ja, ich glaube, wandelnde Festungen ziehen ins Bevölkerungslimit, merke ich gerade. Ja. Ja, wandelnde Festungen zählen ins Bevölkerungslimit. Nur, dass wir das jetzt wissen. Wasser, ja. Und kosten sogar, glaube ich, drei, wenn ich richtig gesehen habe jetzt. Verbesserung fertig. Geht's los! Geht's los! Geht's los! Also, es ist gut, wie die da sammeln könnten, ja. So, jetzt kann ich euch mal auch zeigen, für was, ähm, die Belagerungseinheiten, die wir jetzt haben, gut sind. So, da wird fleißig Eisen abgebaut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sie können da aber zu... Na, können sie nicht zur Achte abbauen. Immer ich. Immer ich. Immer ich. Was denn? Was? Wie? Geht's los? Von mir aus? Geht's los? So, also. Wir kennen ja noch aus, ähm, Order of the Dawn, die schwarzen Türme. Geht's los? Die schwarzen Türme. Wo ist meine Keule? Es fällt mir aus. War schön. Wir sollen weggehen. Wir müssen uns nur langsam rantassen. War schön. Was wollen die? So. Und unsere Belagerungstrolle hauen jetzt da ordentlich auf den Putz. Hätten wir die Türme angekriegt, dann wäre sie in den Nachkampf gegangen. Das hätten wir nicht gewollt. Wir wollen, dass sie mit ihrem Türmchen da Schaden anrichten. Ich könnte jetzt auch Schleudere aufbauen. Ja, nehmt die Festung ein. Vernichtet den Widerstand der Untoten in der ersten Festung, bevor ihr euren Weg fortsetzt. Ja, jetzt müssen wir erst einmal durch die da durchkommen. Die sind in der Stadt! Unsere Stadt! Ja, und ich glaube, damit habe ich jetzt was losgetreten. Was ist das? Wo ist meine Köln? Die sollen weggehen! Wo ist meine Köln? Ja. Ja. Geht's los? Was wollen die? Geht's los? Wo kommen die her? Die sollen weggehen! Geht's los? Verweid' ich euch! Okay, wanderte fest und zurück. Zurück mit euch! Was ist? Zurück mit euch! Kämpft! Zurück mit euch! Verteidigt euch! Zu den Keulen! Zu den Keulen! Achtung! Okay, die haben wir zurückgeschlagen bei Urias und wir ja ziemlich genug aushalten. Hier!